Ist Liebe das Gegenteil von Hass? Oh nein! Sehen Sie, wir alle kämpfen vom Anbeginn der Zeit. Sie sehen es in verschiedenen Höhlen in Frankreich und in der griechischen Mythologie. Das Gute bekämpft das Böse, das ganze Leben hindurch. Verstehen Sie, was ich sage? Das Gute kämpft gegen das Böse. Sie sehen es in Zeichnungen, darin wird das Gute symbolisiert dargestellt und der Teufel symbolisiert dargestellt. Oder in der griechischen Mythologie ist es durch einen weißen und einen schwarzen Stier dargestellt. Oder das Gute bekämpft das Böse mit Hilfe verschiedener Formen, Symbolen und so weiter. Wir tun das nach wie vor. Das Gute bekämpft das Böse. Tun Sie das etwa nicht? Ist das Gute getrennt vom Bösen? Der gute Kerl und der böse Kerl? Ist das Gute aus dem Schlechten heraus geboren? Schauen Sie nicht so verwundert. Das ist ein altes Spiel. Wenn das Gute eine Beziehung zum Schlechten hat, dann ist es nicht gut. Wenn das Gute vom Bösen kommt, aus dem Bösen heraus geboren ist, dann ist es nicht gut. Das ist sehr einfach, oder? Aber wenn das Schlechte völlig getrennt ist vom Guten, und das Gute und das Schlechte überhaupt keine Beziehung miteinander haben, und sie haben keine Beziehung zueinander, dann gibt es nur das Schlechte und das Gute, völlig getrennt voneinander. Denn zufolge können sie nicht miteinander kämpfen. Also müssen wir herausfinden, was das Gute ist. Sind Sie an all dem interessiert? Sie müssen also fragen, ob Liebe Hass enthalten kann. Und, wenn du das Gute aus dem ganzen Tag productos wirst? Bis zum nächsten Mal. Das ist Vorschlag. Und, als Strengths fl installed werden, beique Isaac ist das Gute, aber auch były wesentlich개bel. 2016